Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem kurzen Information. Es ist leider noch so, dass der Damakash-Server noch nicht wieder da ist. Ich bin jetzt hier in meinem privaten Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie es war, dass ich das letzte Mal euch das hier gezeigt habe. Aber ich mache es jetzt mal gerade noch so nebenbei. Wir müssen irgendwo am Turm hier noch arbeiten vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das im letzten Mal gesehen hat. Ja, mache gerade 2-3 Minuten hier für euch. Kurze Info halt darüber, dass das andere nicht weiter läuft. Warte mal, das ist... Dahin muss ich hoch, genau. Wird hier gebaut, aber... Haha, da ist ein Stein, ja, aber... Sieht nicht so aus, dass ich hier richtig bin, oder? Ne, da muss ich nicht mal runter. So, hier muss man bauen, ne? Gut. Die Info ist halt da. Geht leider nicht. Äh, jo, nicht schlimm, denke ich mal. Machen wir hier mal gerade ein bisschen was. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir da weiterkommen. Ich will hoffen, dass es nächste Woche wieder bei der Damakasch läuft. Aber, ist so. Äh, ja, was soll man dazu sagen? Kathedralenbau ist halt angesagt, ne? Hier bauen wir auch an der Kathedrale, ist ja nichts anderes. Und, dann sind die Steine weg. Gut. Und, äh... Ach ja, guck mal, da kann ich das euch noch zeigen. Und mein Titelbild, das habe ich mal hier gebaut. Da unten steht's. Ich glaube, das habt ihr nicht gesehen, dass ich das hier gebaut hab. Ist wirklich gebaut. In Stein gemeißelt. Minecraft. Ja. Und... So sieht's in dieser Welt aus. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich irgendwo runterkomme, weil hier gibt es Monster. Das ist ja bei Damakasch nicht so. Da gibt's keine Monster. Hier müssen wir schlafen, um die Nacht rumzukriegen. Ja. Okay. Das ist halt die Info jetzt. Müssen wir gucken, dass wir da irgendwann die Schwarz-Eichenwands, glaub ich, wieder kriegen, um das Dach bei dem anderen weiterzubauen. Vielleicht mach ich das hier auch mal und zeig's euch dann mal später, wenn ich hier weiter bin, ne? Gut. Und dann würde ich sagen, soll's das auch gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier kurz mit reinschaut. Und, ja, würde mich freuen und ich will hoffen, dass es nächste Woche dann weitergeht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.